Logbuch des Fleet Carrier SNPX Phoenix aus einer Deep Space Exploration Mission Rise of the Phoenix. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Sagittarius Carina Arm und stoßen auf ernste Probleme. Die Konstante auf unserer Mission war bisher Erkundung über alles, was Wichtigeres gab es nicht. Bis jetzt, denn die Stimmung kippt. Wir finden kein Tritium, unseren Treibstoff. Das, was uns die Rückkehr zur Zivilisation ermöglichen soll, sobald wir hier fertig sind. Nun fühlt man sich trotz eines Carriers randvoll mit Leuten, allein in der Dunkelheit. Unsere Mission, sogar unsere Rückkehr nach Hause. Nichts ist mehr sicher. Das Universum zeigt uns weiterhin seine Schönheit. Seine Wunder. Und es hört nicht auf, uns tief zu beeindrucken. Musik 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 Aber all das, was bringt es uns wirklich? Wie wir plötzlich nicht mehr sicher sind, ob wir es jemals jemandem erzählen können. Wir brauchen Tritium. Logbucheintrag Ende.